Musik Die nächste Teilnehmerin ist Anne-Marie Koth aus Hannover. Sie trainiert Pole Dance seit drei Jahren, ist Weltmeisterin 2012 geworden in der Amateur-Kategorie auf der Weltmeisterschaft in Brasilien, Second World Pole Cup Brazil. Für sie ist Pole Dance, Tanzen, Spaß, Fitness, Kraft, Flexibilität und Rhythmus. Ich glaube, man kann es nicht besser zusammenfassen. Okay, so wir haben Anne-Marie Koth aus Hannover. Sie hat drei Jahre trainiert und sie ist World Pole Dance Champion 2012. Amateur-Kategorie und at the Second World Pole Pole Cup in Brasilien. Her Quote ist Pole Dance, Fun, Fitness, Strength, Stretching und Rhythm. Bühne frei für Anne-Marie Koth. Applaus 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017